Herzlich Willkommen zurück zu Gears of War 2. Ja, ich musste hier nochmal von da vorne an, von da ganz vorne an, musste ich hier nochmal alles niedermetzeln. Bis hier hat leider, ich dachte letztens, dass er hier einen gespeichert hat, aber hat er nicht. Ja, hat mir jetzt die Gatlinge geschnappt von dem Großen. Und ich wundere mich immer noch, warum, wo meine Leute sind. Hm, muss ich hier etwa alles ganz alleine machen? Das wäre jetzt übel. Ach Mist. Ach, jetzt sind sie wieder da. Oder eher. Aufpassen! Festhalten! Jetzt nicht aufgeben! Jetzt nicht aufgeben, wo es noch einer ist. Man nimmt doch nur so einer. da kommt noch ein Schiff muss in Deckung gehen sonst so hau ab noch einer wo ist denn jetzt schon wieder mein Kollege hin ich verstehe das hier gar nicht irgendwie scheint das Spiel einen Bug zu haben der ist nicht da weil ich weiß dass jetzt ein ziemlich harter Gegner kommt also ein Boss naja also ich glaube schon dass das hier war nichts Gutes der redet aber ich sehe ihn nicht ja das ist ein Boss wir müssen von diesem Teil runter brauchst du mir nicht zu erzählen da ist wieder das das wird eine harte Nummer wenn ich den jetzt ganz alleine bekämpfen muss oh da geht auch langsam die Muni aus ohjei da drüben sind ja auch noch welche hier nein 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 oh in Deckung bleiben wir sind schon wieder ganz rot scheiße oh der stirbt wenigstens gleich komm ich glaube ich muss hier vorne an das Ding ran so so kühl ab oh man kühl ab hier Munition oh wo ist Dom muss ich hier echt ganz alleine das Ding machen ich bin echt scheiße die folgen uns nicht so ah jetzt habe ich wenigstens für meinen ich habe mir nämlich hier den den Bogen geschnappt oh oh ja die Munition scheint hier immer wieder zu kommen das ist geil aber jetzt heißt es gleich Boss Time ich erinnere mich auch noch sehr gut an den weil ich da damals mit Ivan glaube ich ein bisschen beim Parma verreckt wenn ich mich recht erinnere ist es besser wenn man hier hinten steht alter Entschuldigung na bloß gut dass wir uns die überschlagen haben oder so weißt du wie sehr ich Wasser hasse oh Granaten die braucht man nämlich bei dem Boss du wo bist du ich sehe nichts na der kommt aber gleich oi 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 der frisst unsere unseren Antrieb und da müssen wir jetzt hin und ein bisschen sägen naja der kommt glaube ich hier vorne so jetzt müsste er von der anderen Seite nochmal kommen oder ne von der selben Seite weil der will das der will das Boot untergehen lassen und ah jetzt kommt er von da hinten Alter das Spiel ist der riesig ey ich glaube der kommt jetzt von vorne da muss man ihn in die Augen schießen und ich nehme nochmal Granaten mit oder kommt er jetzt nochmal mit der Arme ne oh je was ist passiert war ich zu nah dran oh mein Gott ist auch schlimm dass ich alleine da stehe ey ich glaube ich sollte mit dem Maul sollte ich glaube ich das äh ah jetzt ist er wieder da cool so aber nicht nicht so lange ich hier bin hier weg jetzt fühle ich mich schon ein bisschen sicherer dass wenn Doom hier ist oder Dom los komm 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 ZEGEN ZEGEN zurück Schnell, 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 schnell. Warnschen etwas unter Wasser. Ah ja, jetzt kommt er wieder von vorne. Ja, genau. Diesmal wäre ich mal mit dem Bogen reinschießen, nicht mit einer Granate. Jetzt kommt er von vorne. Okay. Aber ich weiß auch nicht. Komm schon. Ja, das war die Granate. Ah, ich glaube, da brauche ich viel. Ah, Mist, ist an der Zähne hängen geblieben. Nur jetzt. Ach, der kommt immer näher. Ah, ja, der frisst das Boot nicht. Der war jetzt schon fast hinten. Mist. Ist ein harter Gegner. Hm, also muss ich es doch mit den Granaten versuchen. Ah, Mist. So, das ist ja noch leicht hier. Ey, ja, ich bin gerade voll hängen geblieben hier. Außerdem könntest du ja auch mal was machen, ne? Wieso soll ich hier alles alleine machen? Das kommt doch von da. Ah, Mann, Leute, ist das aufregend. Aber ich glaube, ich weiß schon, was ich falsch gemacht habe. Man muss sich einfach wirkürlich Granaten in den Rachen schmeißen. Ich glaube, man muss da was anderes machen. Na, mal schauen. Ja, jetzt kommt... Kommt er von da. Alles klar. Musst du eigentlich... Ja, ich muss sowieso erst mal ein Stückchen weiter abstehen. Was ist denn hier so? Kommt er. So. Ah, komm. Der macht es aber gleich nochmal zu, ne? Genau. Wir können es schaffen. Auf die Tentakel. Ah, genau. Wenn die so blau leuchten. Genau. Jetzt wieder zurück. Nimm Granaten auf. Oh, jetzt könnte es sein, dass er wieder von den Seiten kommt. Das... Das war mal ein dicker Fisch. Ach, das war es schon. Boah, ich hatte das echt jetzt, dass ich das nochmal ein paar Mal machen muss. Na gut. Hui. Voraus. Ah, jetzt sehe ich ihn wenigstens wieder, ey. Das ist so schrecklich, wenn man... Wenn der hier redet, der Doom. Oder Dom. Aber er nicht da ist. Dann denkt man, man muss hier alles alleine machen. Ja, der Bogen ist auch ganz nützlich gegen, äh... Ja, gegen einige Feinde, die... Zum Beispiel die Boomer. Weil die Feile, die bleiben ja an den Feinden stecken. Und... Explodieren dann. Das, brennende Fackel. Das ist der Hintereingang. Dann komm. Mal sehen, was es hier erwartet. Hier gibt es bestimmt wieder. Hier kommen sie bestimmt gleich wieder. Ah, checkt, der checkt schon. Heh, checkt, der checkt. Alles klar, Jack. Schau dich um. Keiner hier. Was ist das? Bei den Truppenbewegungen muss es die Hauptstraße sein. Gut, dann folgen wir ihnen zur Action. Markus, der alte Mann meinte, wir müssen von der Hauptstraße abbiegen. Wir haben einen Auftrag zu erfüllen. Wir wissen nicht, ob Maria wirklich da unten ist und... Ich muss es wissen. Du musst nicht mitkommen, okay? Großartig. So gehen wir beide drauf. Wir müssen in ihrer Festung vordringen und das Signal aktivieren. Die letzte Schlachtnung. Dafür haben wir so lange gekämpft. Ich habe die ganze Zeit für Maria gekämpft. Sie ist meine Frau, verdammt nochmal. Und alle anderen lässt du im Stich? All die Soldaten, mit denen wir gekämpft haben? All die Menschen, die sterben mussten? Ich dachte, du würdest mich verstehen, Markus. Nach allem, was du für deinen Vater getan hast. Na, dann helfen wir doch, Dom. Mehr nach. Okay. Wenn diese Ungewissheit, dass seine Frau vielleicht noch leben könnte, das zerfrisst ihn ja sonst. Oh, hier rüber. Na, die nächsten Gegner, die lassen doch bestimmt nicht auf sich warten. Alles klar. Komm. Viel zu ruhig hier, viel zu ruhig. Tom. Oh, Mark. Markus. Dies scheint, hat der alte Mann recht. Und was müssen die da abbauen? Aufrücken. Ist ja komisch. Aber mal sehen, wir werden es bestimmt erfahren. So, Kontrollpunkt. Das ist... Noch mehr Wasser. Ich sehe aber hier... Hier sehe ich doch schon Rad. Das drehen wir auch gleich. Daran kann ich mich noch erinnern, weil wenn ich das drehe, dann geht das Wasser runter. Und dann können wir hier rüber, da kommen aber dann Feinde. Aber wenn ich auf die Uhr schaue, okay, mache ich hier erstmal einen Schnitt. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Gears of War 2. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Und würde mich natürlich über Kommentare sehr freuen. Ciao. 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 Ciao.